Moin und Willkommen zu einer neuen Runde X4 Ja, da ist das Ding Letzte Runde geholt, die Odysseus Muss ich natürlich nochmal umbenennen, das passt irgendwie nicht Oder eben doch verkaufen Ich bin mir immer noch unschlüssig, ob ich jetzt die knapp 6 Millionen kassieren soll oder eben nicht Und ich habe das Ding eben auch schon mal nach Hause gebracht Ich habe auch einfach schon mal die Mission angenommen, hier anzudocken Mal gucken, was passiert, diesen Plot habe ich eben noch nicht gemacht, den kenne ich nicht Könnte mir etwas vorstellen, aber ich lasse mich überraschen Docken wir mal an in der eigenen Station Und wie, das ist dir nicht eine Ehre Es ist eine Ehre, sie an Bord zu haben Schön Nein Der externe Zugriff scheint noch immer blockiert zu werden Ich habe wohl keine Wahl Ich muss meinen momentanen Aufenthaltsort verlassen und zu Ihnen auf diese Station kommen Oh, hatte ich vergessen, diese Informationen bekannt zu geben? Ich bin derzeit Gefangener Einiger Split Wenn Sie mir helfen, biete ich Ihnen gerne meine Dienste an, um das Potential dieser Einrichtung auszuschöpfen Erstmal habe ich irgendwas abzugeben, jo Den Rest eigentlich nicht unbedingt, aber jetzt gucke ich mal hier raus Okay, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus Ich gehe das halt nur mit dem anderen Plot, wo jetzt hier in der Mitte nochmal dieser Na, der Asteroid ist Aber so in der Form kann dies tatsächlich noch nicht über die Terraner So 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 Und dann gucken wir mal, was der uns hier so zu sagen hatte. Der Fluchtplan. Wo ist denn Hevers Zwilling? Gucken wir mal hier auf meine Map. Hevers Zwilling. Ach da. Boah, es ist ja auch ein Stückchen zu fliegen, ne? Jetzt ist die Frage, mache ich jetzt diesen Plot weiter oder mache ich jetzt erstmal diesen Plot? Oder schnappe ich mir nochmal die Odysseus und mache beispielsweise dieses hier. Patrouillieren. Oder vor allem auch dieses hier. Aber da ist natürlich das Schiff viel zu langsam für. Ja. Es gibt hier eigentlich genügend zu tun. Ich würde natürlich auch erstmal das machen hier. Das ist gleich um die Ecke. Und dann vielleicht Xenon M. Ähm. Ne. Das wäre Quatsch. Ab dürfen. Ne. 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 Wenn dann dann vielleicht der Anzug jetzt so. Ne. 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 Hoher nicht da kommen wir gar nicht lang. Ne. 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 Das ist sehr 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 umständlich Eigentlich wäre über Argon Prime besser Das heißt wir schicken einfach schon mal die Odysseus Anticone Memorial, wo ist das? Da ist das da... Ah da muss ich überall überhaupt nicht hin Ja das müsste eigentlich schon gerne hier rüber Dann da Geht doch schon mal da hin Und warte Ach das ist doch nicht um die Ecke Was bin ich denn überhaupt? Gladius, wo ist sie da? Autopilot, ausgeschallte, erreiche System, Nupileus Glück Wo bin ich? Ok Dann kann ich ja doch fast schon zum Zum Phönix E Zum Burgonen hinfliegen Da rein, bitte? Da rein, nicht dagegen Erreiche System, frommer Nebel Erreiche System, frommer Nebel Wo mich das Spiel hingeleiten will Das macht so irgendwie überhaupt keinen Sinn für mich hier Ja, da muss ich wahrscheinlich da einmal über den Highway runter Unbekannte Station Soja-Kreuzenfabrik Habe ich eigentlich mal Geld verdient zwischendurch? Nee Da muss man was tun, um Geld zu verdienen Es wird halt meine Station auch nicht weiter gebaut Unbekanntes Objekt Unbekanntes Objekt Wie will das denn und her hier unten? Wir wollen jetzt mal da rein Helios, E Sprungtor, unbekannter Sektor Na komm Erreiche System, sündhafte Vergeltung Habe ich doch kurz verwirrt Unbekannte Station Das ist nicht ganz das, was ich erwartet habe Das ist nicht ganz das, was ich erwartet habe Diese Verbindung dürfte es eigentlich gar nicht geben Ich bin jetzt angeflogen Auf jeden Fall dran vorbei, okay Okay Okay, das muss in diesem Sektor sein Sündhafte Vergeltung Sündhafte Vergeltung Unbekanntes Objekt Also ich wüsste da etwas, aber Zum einen wäre ich dann schon viel weiter Hat er irgendwie gedreht? Nee, eigentlich nicht Eigentlich gehört die so Diese Verbindung hoch, die finde ich nicht Ja gut, was sollen wir hier machen? Wir sollen hier jetzt einmal 18 Minuten Katulieren Das mache ich mal Würde gegebenenfalls aber einmal die Odysseus woanders hinschicken Und jetzt macht auch keinen Sinn Theoretisch hier mit hin Theoretisch hier mit hin Theoretisch hier mit hin Das machen wir mal so Das machen wir mal so Da können die gerne nochmal weiterfliegen Und vielleicht findet ein Die Odysseus ja auch das andere Tor da oben Sonnenkraftwerk Sonnenkraftwerk Aranid Verteidigungsstation Und wir erforschen nochmal ein wenig Ich sehe dieses Gebiet Auch keine Ahnung wo ich bin Auf jeden Fall genau was ich sagen wollte Ich patrouliere hier jetzt hier ein wenig Und das muss ich noch 16 Minuten tun Und die Zeit über würde ich euch aber einmal wegschicken Das ist nicht so spannend Wird es wahrscheinlich auch nicht, da es nur 80.000 wert ist Wenn nicht viel passieren Also dann Bis gleich So Damit wird die Mission abgeschlossen Und das Schöne ist Ich hab Ja Knapp 6 Minuten nach Start oder so Die selbe Mission nochmal erhalten Exakt die selbe Am selben Ort Und dadurch jetzt eben Ich glaube knapp 170.000 Kassiert statt Eben der lächerlichen 80.000 Das hat halt insgesamt dann 6 Minuten länger gedauert Aber man muss ja auch mal Glück haben Ähm Den kriminellen Verkehr machen wir jetzt noch nicht Ich hatte hier aber glaube ich irgendwo Eine Reparaturaufgabe übernommen Ähm Datenleck Ich muss nur aufpassen, dass ich da Autopilot eingeschaltet Jetzt nicht mit dem Schiff mache, also das Scannen Sondern wirklich aussteige Und das Ding repariere Wie ist denn das jetzt eigentlich Ein kleines Schiff Was kostet mich ein kleines Schiff? Äh Werde ich später absolut nicht mehr brauchen Aber Hier Was bieten die mir zum Beispiel für S-Fürfahrer Das M Oder der S Den hier, okay Den in der minimalen Anforderung Okay, dann kostet der definitiv jetzt schon zu viel Und dann würde ja noch der Bergbaulaser dazu kommen Und da gibt es auch noch zwei verschiedene Genau und eigentlich ja auch Schilde Das heißt, ich bräuchte 284.000 Dann hätte ich einen billigen kleinen Schürfer So Wenn ich den etwas besser haben wollen würde Das kostet der mich schon 334 Eigentlich brauche ich kein Gefecht Sondern Reise Und die Füße vielleicht auch besser Und da wird es schon wieder zu teuer hier hinten Und dafür kriege ich schon fast wieder einen größeren Okay Wir suchen erstmal nach dem Leck Kurzstrecken-Transporter Zwei der Schiss musste nicht sein Haben die mir aber nicht übel genommen Haben die mir aber nicht übel genommen Das ist wahrscheinlich nicht das, woran ich suche Ich höre aber sehe es nicht Das ist doch Warum höre aber sehe ich es nicht Egal, sehe ich das Falsche Wahrscheinlich eh auch wieder nur so eine blöde Sabotage-Mission oder so Das sieht gut aus Undock erlauben Undock erlauben Undocker abgebrochen Mal ausdrücken Gladius Andock erlauben Echt, alles sind nur kleine Vieh. So, dann... Wo sind wir? Da sind wir. Wahrscheinlich wollen wir da hoch, deswegen wollten wir noch hoch, eigentlich nur wegen dem da. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung? Bitte stoppen Sie, wir werden Ihren Fahrtraum scannen. Der Scan ist abgeschlossen, weiter. Okay, das reicht nicht. Und dann werden wir auf den rechten müssen. So, aber wo gibt es denn noch so einen Highway? Erreiche System, Dreieinigkeit. Das ist jetzt eine Verbindung mehr. Erreiche System, leuchtendes Versprechen. So, leuchtendes Versprechen. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Ich habe mich echt nur verwirrt wegen dieser Verbindung, weil die gibt es eigentlich gar nicht. So, wen haben wir denn hier, Teladi-Ausrüstungs-Dock? Aber das sind nicht die, die Min... Das Ministerium, da bin ich noch bei Minus 6. Die Fliegen. So, das sind ja die Fliegen. So, das sind ja die. Untersuchen wir uns hier drüben mal ein Tor. So, wo gibt es da eins? Oh, jetzt liegen wir mehr in die Richtung. Noch ein bisschen mehr in die Richtung. Phantom Röhrenfabrik. Da ist es doch. Lanamas Sura. Wo ist denn Lanamas Sura? Nicht, dass ich hier völlig falsch fliege. Keine Ahnung. So, bin ich jetzt am Tor vorbei? Was war los? Röstenkomponentenfabrik. Sprungtor. Unbekannter Sektor. Erreiche System. Ovitables Andenken. Okay, da soll ich wieder zurück. Aber das macht keinen Sinn da jetzt... Eigentlich macht es eigentlich erstmal Sinn, die Verbindung herzustellen. Helios E. Mal zwischen den beiden hier. Nach unten geht es ja auch noch. Dann gibt es nur das Profitcenter. Da soll ich hin. Jetzt habe ich es gefunden. Und dann bin ich ja tatsächlich schon fast bei dem Voron. Das ist ja gut. Dann kann ich ihn ja vielleicht doch befreien, wie auch immer das geht. Das ist auch dieser Busotha, der in einem anderen Plot quasi Forschung und so weiter freischaltet. Wahrscheinlich schon, ne? Der wird ja auch davon gefangen zu sein. Hält grad ein, ich soll ja gar nicht da lang. Das wird definitiv der Falsche sein. Also da ist das andere Tor. Ich fliege trotzdem mal durch. Weil dann geht das hier in diesen... X-Sektor oder wie der heißt. Machen wir mal eben. Das ist ja oben drin. Da ist ja oben drin. Da braucht ein Piladi-Sektor. Aufitables andenken ist das, ok. Schleuniger, rovitables Andenken, 9 Ah ok, deswegen 9 und 10 Alles klar Hier wird es dann noch hingehen CEO Da bleibt frei Hier liegt sicher auch eine Verbindung rüber So, dann machen wir mal da durch Was macht denn unser Speer gerade? Der Speer späht immer noch, ok Ich glaube, sieht das hier aus, als ob der fertig wäre Wir haben hier Sicherheitscontainer gehabt Mehrere IGS Piratenbasis Was macht der da oben noch? Danach schicken wir ihn mal da hin Erreiche System, 18 Milliarden So, dann ist zumindest die Verbindung hergestellt Dann sehen wir mal zu, dass wir weiterkommen Dieses Tor-Netzwerk so ein bisschen Erreiche System, rovitables Andenken Ich hätte aber eigentlich auch gerne schon Mehr Speer Kann natürlich auch ihn hier dafür nutzen Wo ist er denn jetzt überhaupt? Da, den da? Aber, ich glaube, so viel bringt das auch nicht Lass sich eigentlich mal weiter Weiter da hinbewegen Die Frage ist, wenn der Xenon rauskommt, macht er die mit platt oder nicht? Deswegen habe ich den da hingesetzt Hatte ich jetzt nicht erwähnt Aber das ist ein Einfalltor der Xenon Ich weiß allerdings nicht, wie aktiv die da sind Also das sieht jetzt Nicht hyperaktiv aus Da sind jetzt so Xenon, Xenon Den kann ich nicht Also... Witzig Also zwei So... Und da werde ich dann... Da durch müssen Richtig, richtig Von hier Einmal hier hin Ja... Hier ungefähr Erreiche System Leuchtendes Versprechen Stopp 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 Wir haben hier eine... Schraubission Ich wusste dass ich auf sie zählen kann Und dann haben wir hier... Das ist eine M cycle Ich wusste dass ich auf sie zählen kann können wir selber direkt machen Autopilot eingeschaltet Nämlich im selben System bietet sich dann ja an. Mikrochipfabrik Was ich immer noch nicht verstehe ist, dieser Wareneinkauf und Verkauf. Also es gibt fast nie den Fall, dass man irgendwo was günstig einkaufen kann und woanders das ist euer Verkauf. Also in dem Fall anders, das ihr Verkauf, das verkaufen die mir und das kaufen die ein. Und...ja... Sieht man so hier... Ah ne, ok, Mikrochips. Mikrochips! Hier klappt das tatsächlich mal. Ohnigfresser, Generalien, Verteidiger. Kann noch nicht registriert, dass die 5-Stämme aufwärts. Da müsste ich ja eigentlich schnell mal ein paar Mikrochips einkaufen. Und die dann... Da... ...Werkaufen. Jo. So würde ich sagen, stehe ich mal aus. Gladius! Dann kann das ja der Pilot machen. Tja! Genau! Mach da aber nichts! Jetzt den eingeschickt. Ich hab doch hier eindeutig... Wo mache ich das weg? Oder lasse ich ihn starten oder wie auch immer. Ah ja. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Da machen lassen. Oh Gott. Entferne. Entferne. Mikrochip. Handeln. Jetzt hat der gar keinen Platz oder was? Das will ich sehen. Gladius! Kann ich helfen? Ja komm! Was ist da? Was ist da? Also sie kann ich hier auch schon mal gucken. Informationen... Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Gucken wir uns das selber einmal ganz kurz an. Da brauche ich mir jetzt einen kleinen Transporter. Was kostet denn ein kleiner Transporter? Äh ne ich beispielsweise hier bauen könnte. Kaufen. Pass. Kurier. Ach das gleiche. Okay. Autopilot. Ausgeschaltet. Ein bisschen günstiger. Mikrochipfabrik. Autopilot. Ausgeschaltet. Wer wird ja die... Ich frage mich ob sich bei Ihnen etwas Profitables finden lässt. Die Schürfkanonen nicht brauchen. Oh sehr schön. Ich darf mich doch bestimmt an den Sachen bedienen. Ja? Schreib die Fracht an. Werft sie aus. Wo ist denn dieser Freibold da? Erfolgreich angedockt. Da kann ich sein. Hier wird es sich doch nicht trauen oder? Wir sind erfreut sie an Bord zu begrüßen. Ja machen wir das so. Wir speichern aber einmal ganz kurz. Nicht dass da jetzt gleich ein Kerner durchs Tor kommt. Und der Odysseus zerstört. Ich hab tatsächlich überhaupt keinen Platz. Der ist hier bescheuert. Und fliegen wir noch ein bisschen näher ran. So. Dann machen wir das anders. Wir lassen das hier oben. Was echt schade ist. Auch hier. Also mit dem Sektor geht das mit dem Handeln eigentlich ganz gut. Machen wir mal folgendes. Wir liegen mal hier. Wir liegen mal hier. Also nicht. Er braucht das Öl. Ist auch noch mit drin. Schön. Und dann fliegen wir hier hin. Oder da hin. So. Ist der noch da? So. Krass. Oh Gott dann. Jetzt aber los. Damit lässt sich ja auch ein bisschen Geld machen. Das Auto sind ein bisschen günstiger als Schürfer. Kann der da so ein bisschen hin und her. Kann der da so ein bisschen hin und her. Schiff. Lassen wir mal raus. Schiff. Böffel. Fliegen wir endlich weiter! Nein! Weiß noch nicht genau von wo... Das wird ja auch hier irgendwo sein Es gibt doch auch irgendwo herrenlose Transporter und so Jetzt auch keine Reihe megamäßig guten, aber es ist auch Unbekannte Station Okay, das ist ein Stütz Und tatsächlich ist die Frage... Das wird wahrscheinlich hier oben sein Da sehe ich nichts In die Richtung Da sehe ich auch nichts Gucken wir da 34 für das Öl Das braucht aber keiner Doch hier Und da ist das Tor Und da ist das Tor Woher ist die Raum Und da ist auch nur mit dem Da ist die Raum Ich bin mit dem Guck Und hier Und da sua Musik Ein Versuch Lose Erreiche System, Iana Musura Iana Musura, genau So, das ist auf jeden Fall, dass Thorsten ein Sideschiff Oder kommt das da? Kommt da, ne? Das ist das, was mit... Will ich jetzt nicht Satellit reparieren Oh, ich bin schon da Weiter brauche ich gar nicht So, das andere habe ich angenommen, weil da ein Seminar als Belohnung bringt Und davon auch mal eine bessere Version Also man kann fast überall welche kaufen, welche die gar keine Ahnung haben, also Grundlagenseminar und welche die einen Stern haben Aber nicht für zwei Und das war jetzt gerade eine Belohnung Oder es gibt eine Belohnung bei dem Undockerlaubnis erteilt So, dann docken wir mal hier an Wir brauchen eine Mission Ja, ja, das war die Ungeduld Erfolgreich angedockt Wir sind da Grüße, Pilot Ich repräsentiere die hochgeschätzte Teladi-Handelsgilde und habe einen lukrativen Vorschlag für Sie Und was ist denn da? So, das ist ja mal derselbe Text Egal bei welcher... Bei welcher Fraktion Die Zinzen gucke ich mir nochmal an Okay, es gibt hier keine Bezahllizenzen Und dann gucke ich mir hier mal die Bau-Poptionen an Das haben wir hier Kaffeein Superfluid Weiß ich nicht Also ich hätte natürlich gerne das da Das ist gar nicht mal so teuer Guck mal, die haben auch das mit dem Schrott Interessant So, dann gehen wir da nochmal raus Und gehen mal kurz zur Handelsgilde Ah, das bisschen zahlen wir auch Pilot Es um uns dies Ist eine einmalige 40.000 Geht natürlich wieder eine ganze Menge von dem, was ich eigentlich haben möchte, um ein Schiff zu kaufen Äh, ich mache das anders Genau, jetzt bemüchte ich nämlich da hin Gladius Sir Gehen sie Und dann möchte ich Äh, sowas zu handeln Nö, na, na Geht ja auch mit dem Schiff gar nicht Möchte ich ablocken So, und ich würde mir gerne nochmal angucken, was das für eine Eine Mission ist Nur krimineller Verkehr Das können wir auch eben noch schnell machen Autopilot ausgeschaltet Also der Autopilot Auch nicht immer gut Autopilot eingeschaltet Xenon gesichtet, von wo kommen sie? Oder Ist da was? Theoretisch Von hier Und dann ist hier unten Da Das Xenongebiet Hier ist nicht viel los Es gibt hier keine Raks Also Also war da nix Ich glaube das mit dem kriminellen Verkehr ist jetzt auch nicht so spannend Von da her Jetzt gebe ich das auch mal kurz für euch So, das wäre erledigt Ist das auch nicht interessanter Also Ich werde nochmal zwei Datenlecks stopfen Ist jetzt doch nochmal angenommen Die Mission Weil ich jetzt eben gerade genau an dieser Station auch war Ähm Die die Mission angeboten hat Und äh Bin ich hier die ganze Zeit rumgeflogen Und hab versucht Illegalen Verkehr aufzuhalten Hab zwischendurch dann noch ein Xenon-Transporter weggehauen Der kam da auch dran vorbei Aber Ja die Hoffnung war natürlich Dass das Schiff aufgegeben wird Oder wurde Ähm Nein wird War aber nicht der Fall Dann machen wir kurz zu diesen beiden Datenlecks Ja Sir Gladius So, das wäre Nummer 1 Der andere ist mir leider zu weit weg Um da irgendwie einfach mit dem Anzug rüber zu schweben, zu fliegen Das Ding hat auch eine Mission für uns, sehe ich gerade Erfitte Erlaubnis zum Andocken Andockerlaubnis verteilt Schaut mir dann auch nochmal an, wenn der noch da sein sollte Gladius Andockerlaubnis verteilt Gladius, Andockerlaubnis verteilt Also wir durch Gucken wir gleich mal, ob wir den Bewohnern finden Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann Nochmal krimineller Datenverkehr, aber Zwillingfried Aber wo hatte ich das jetzt gerade eben gesehen? Achso, ja klar Alles gut Warum sollte ich zum Leuchten das Versprechen hinblieben? Wenn ich doch zu diesen Zwillingen soll So, ich bin jetzt in dem da Da gibt es doch eigentlich eine andere Möglichkeit In der Theorie In der Theorie gibt es neben dem Hier oben noch einen Durchgang Und dann ist es nur noch ein weiterer Sprung Das andere macht überhaupt keinen Sinn Es sei denn, das wurde eben geändert, aber Keine Ahnung von wann diese Karte ist Bisher hat die mir eigentlich gute Dienste geleistet, aber Jetzt kommen ja doch Zumindest in dem Bereich hier So ein paar Fragen auf Sprungtor Leuchtendes Versprechen Keine Ahnung, das Tor wurde so zu sehen, ne? Kann ich hier sein Sonst mache ich das mit dem Brunnen doch nicht Sonst mache ich das erstmal nicht Das ist doch das hier Das ist doch das hier Ich freue mich Autopilot eingeschaltet Sprungtor, unbekannter Sektor Ja Das war natürlich ganz schlau Das war direkt vor der Nase Das war natürlich ganz schlau Das war direkt vor der Nase Aber warum führt das nach Matrix Auf 4-5-1 Das ist ja zu weit Mit meiner Karte würde das jetzt Zum vierten Sektor führen Zugehörig zu diesem hier Aber das bedeutet ja, das ist auch ein Xenon-Einfallspunkt hier Einfallpunkt Autopilot ausgeschaltet Erreiche System Matrix Nummer 4-5-1 Ah, ok Oder habe ich mich da gerade? Ich habe mich vertan Dann lassen wir ihn erstmal fliegen Dann ist das doch nochmal ein ganz schön weiter Weg Erreiche System Hianamus Sura Dann sind wir da Dann geht es da rüber Dann da rüber Dann da rüber Jo Na gut, dann schicke ich euch nochmal kurz in die Pause So, jetzt sollten wir eigentlich gleich mal ankommen Dann müssen wir einmal kurz da rein Denke ich Ok, jetzt wird gespeichert Erreiche Evas Zwilling 3 So, wir sollen noch zur Fünf Das ist aber nicht so schwer Das soll hier irgendwo auf der Seite Jetzt da oben Hier rüber Und dann da hin Gucken wir mal in die Richtung Und dann gucken wir nochmal ganz kurz zu unserem Dissoise Der ist immer noch bei 92% Hülle, alles gut Aber scheinbar kriege ich keine Belohnung dafür, wenn der auch was zerstört Oder hilft zu zerstören Das ist doch hin und wieder mal, so wie jetzt auch schon wieder Ähm Machtteile Und auch dadurch, dass der sich dreht und so weiter Sieht das ja schon so aus, als wenn der auch was machen würde Aber ich habe noch nichts von Belohnungen gehört Oder gelesen Dann können wir nochmal zurück Ja Unbekannte Station So, hier sollten wir gleich beim Buronen sein Unbekanntes Objekt Unbekanntes Objekt Raumkrautplantage Demeter, Angreifer Unbekanntes Objekt So, hindurch Durch Erreiche Evas Zwilling 5 Ich muss bestehen, dass ich etwas nervös bin Ich hoffe, alles verläuft nach Plan Verrach Raum Verrach Raum Und wer hier? Adler, Angreifer Ich habe den Plan weiter verfeindet Schauen Sie mal Autopilot, ausgeschaltet Mhm Wie Sie sehen, will ich mit einem gecharterten Frachtschiff von der Station entkommen Tatsächlich sind mehrere Schiffe involviert, um eventuelle Verfolger in die Irre zu führen Ich möchte, dass Sie das Schiff verteidigen, sollten unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten Na gut Und wehe, ich darf die Adler nicht behalten danach Seeschwalbe, Angreifer Ach, geht damit gar nicht um die Adler, es geht um die Seeschwalbe Okay Oh, ist eigentlich sogar noch besser, weil das ist ein Transporter Und ein M-Transporter, wenn ich das richtig sehe Ich will jetzt einen gewohnt Woh, woh, ich leise Ja. Identifiziere kriminelle Schifff... Ziviles Schiff, D. Okay, das war natürlich nicht geplant. Radler, Angreifer. Seeschwalbe, Angreifer. Bitte warten Sie darauf, bis das Schiff seine Geschäfte erledigt hat. Es wird in Kürze starten. Na, willst du mich kontrollieren? Sicherheitschef A. Wollte aber auch annehmen. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Illegale Daten auf Drohne entdeckt. Bitte verteidigen Sie das Schiff gegen eventuelle Gefahren. Es ist zwar nur ein Ablenkungsmanöver, aber ich wäre sehr betrübt und traurig, wenn der Crew etwas zustieße. Dieses Schiff aus dem Sektor... Welches Tor nimmt er denn? Es gibt nur eins. Seeschwalbe, Angreifer. Aber was passiert? Schleuniger... Ewa's Zwilling, 3. Theoretisch brauchen wir ja bloß bis da. Theoretisch. Seeschwalbe, Angreifer. Vielleicht muss ich aber auch durchfolgen. Ich bin auf meinem Transportschiff und auf dem Weg zu der Installation. Wo ist der Bohrone? Sie blit prüfen werden Sicherheitslocks. Ach... Das hat ja nicht lang gedauert. Man hat mein Verschwinden scheinbar bemerkt. Mein Schiff sollte sich bereits in sicherer Distanz befinden. Für die anderen Schiffe sieht es weniger gut aus. Halten Sie sich bitte bereit! SPLIT befehlen unseren Schiffen, Ziele abzufangen. Tu sie begleiten, während ich weiter untersuche. Ja, Bruder! Speichern nochmal. Und weh, da ist so, da kommt jetzt eine K. Nein, das ist nicht gut für das Geschäft. Dann du halt sterben! Du nun in Schwierigkeiten sein. Du machst mir keine Angst. Ich habe erfolgreicher angezuckt und beginne gleich mit der Anrufe. Du wirst wirklich mehr als dein Volk an. Du wirst wirklich mehr als dein Volk an. Du wirst wirklich mehr als dein Volk an. Oh, okay. Oh, okay. Er macht ja richtig Schaden, der Junge. Wir brauchen die Anrufe. Die Basis zurückgehen. Die Basis zurückgehen. Die Basis zurückgehen. Die Basis zurückgehen. Der Junge ist auf dem Motto. Die Basis zurückgehen. Die Basis zurückgehen. Seeschwalbe, Angreifer Ja, dann flieg mal raus Ah ja, Verteidiger Danke für Ihre Hilfe Danke Erreiche Evas Zwilling 3 So, ich soll jetzt in die Hauptstadt, also die... Ah ja, zuerst klar Das mache ich jetzt nicht Das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal Ja, würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zusehen Und wenn ihr mögt, schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein Bis dann, ciao Bis dann, ciao Bis dann, ciao